Hallo und herzlich willkommen zu Let's multiplayer Call of Duty Mawler Warfare 2, ihr seht es richtig, ich bin immer noch dran, Team Deathmatch Invasion, ja gut, Map hat sich geändert, Spielmode ist aber nicht, weil es andere ist unspielbar, Herrschaft würde ich halt eh nicht finden, ne, ich weiß gar nicht, ich glaube Herrschaft glauben nur 30 Leute oder so, ja komm, mein Maus, mein magischer Maus, mein magischer Mauszeiger hat gerade entschieden, wir spielen F2000 mit Schalldämpfer, ja gg, mal gucken was hier so abgeht jetzt, da bin ich jetzt mal gespannt, auf geht's jetzt hier, oh, also ich hitte auf jeden Fall schon mal gut die Leute, aber treff ein und kill zwei, jawohl, easy, oh, 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 man sollte nicht die Maus, ja, ja, mein Gott, F2000, ja, mein Gott, F2000, oh mein Gott, alter, F2000, Gott, hier am Start oder was und jetzt wäre eigentlich so typisch, nachdem ich das gesagt habe, dass ich mal ne Kugel mal so instant ins Gesicht bekomme aber, ich hab sie diesmal nicht ins Gesicht bekommen, dafür ist er glaubt, vor mir aber in der Land gelaufen ja, ja, nein, warum, 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 warum klaut mir mein, warum klaut mir mein, warum, klaut mir mein, warum, klaut mir mein Kollege den Kill ich muss doch unbedingt, guck mal, ob die Samtech ausreicht, jawohl, süß, oh, 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 Samtech Scott, äh, F2000, Gott und Bedrängnis, nein, der Samtech, ach, wieso will ich denn Samtech Scott sagen, der F2000, Gott ist tot, ja, dumm, dumm, da, damit hat sich schon umgeledigt, scheiße, was ist er denn, hier ist doch gerade irgendwo in der Lanke Löffel, vor allem Lanke Löffel, okay, da läuft er ja, dankeschön, dankeschön, auf Wiedersehen, so, wo haben wir denn hier noch was, da haben wir noch ein, ja, ich guckte mal an, F2000, Gott, haben schon wieder am Start, mein Gott, alter, na gut, ich muss auch sagen, mit der Waffe brauchst du ehrlich, na, scheiße, cross the hammer, hat es kostet, holy shit, immer, natürlich muss ich auch ehrlich dazu geben, die Waffe macht halt ihren Dienst, das muss man so sagen, weil die F2000 ist halt schon eine mega starke Waffe, äh, okay, äh, okay, äh, okay, ich weiß, dass, ich weiß nicht, kann man dann durch, dann würde, er hat halt die L, äh, weiß gar nicht, wie heißt du denn jetzt, auf jeden Fall ist das MG, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt, au au au, nein, nein, scheiße, ich dachte, ich kriege den Kämpfer weggeholt, aber nö, das Problem ist, ich könnte ihn doch theoretisch löschen, will er mich verarschen, so fallet der denn durch, und wieso kommt da, holy shit, hä, hab ich, fast, hab ich, wartet man, hab ich eben gerade, was sowas gravierendes verpasst, dass man Payflow jetzt irgendwie früher kriegt, der hat ein 13,6, ja gut, das hat, ja gut, er kann drei, sechsmal zum Anfang gestorben sein und jetzt 13 Kills gemacht haben, das ist bezweifelig, ganz stark, äh, machen wir mal so, zack, der Typ ist tot, freund, dann gehen wir mal durch, den holen wir uns mal da, den holen wir uns den mal da, wechseln die Waffe und holen uns den, bam, dann werden wir mal ganz sozial sein und den Payflow runterholen, weil wir halt gerade die Drohne noch am Start haben, nein, scheiße, ich dachte jetzt so, ganz gediegen, ja gut, wir haben halt die, äh, komm schon, wie, äh, was spielen die denn hier, wollen die mich verarschen, wieso spielen denn hier alle jetzt, äh, äh, Dinge ziehe, im Gegens, ich sehe dich, mein Freund, so, wir rennen einfach mal straight weiter, das sollte eigentlich funktionieren, wenn wir hier oben hier, weil halt wieder reinkommen, dann können wir halt durch den Schallnerpfer richtig schön ein bisschen aufräumen, da haben wir nochmal eins, nein, scheiße, kam ein bisschen schusch, früh raus, man, alter, aber, wir sollten eigentlich trotzdem noch gut im Vorteil sein, na gut, wir verlieren halt, wir verkacken, klar, wir legen tausend Punkte hinter den, aber das ist natürlich schwer, wenn, wenn die halt sowas tun und ergänzen, hat der, was hat er gerade gehabt, hat der Lagebericht gehabt oder Kommando, hm, oh, oh, okay, zum Glück, er sind die weit weg, ich glaube, der ist kein herrierer Gott, und irgendwie hat, bin ich auch gerade irgendwie abgestiegen, irgendwie vom F2000 Gott zum F2000 Nube, oh, hallo, ja, jawohl, da ist er doch, der Gott wieder, natürlich nicht ernst gemeint, ne, die F2000 mit Schallnerpfer ist halt mega stark, ihr wisst es, ne, ich kann, oder, wo ich dann auch Kappa jedes Mal sagen, aber ich glaube, ich glaube, ihr wisst es, ich weiß halt nicht, ob die hier drinnen kämpfen, schmeißen wir da mal eine Flash rein, okay, da ist schon mal keiner drinnen, nehmen wir den mal mit, da ist keiner, da ist auch keiner, okay, ich hätte es mir eigentlich denken können, dass da mindestens in dem Haus eine drinnen sitzt, aber ich war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu gut, glaube ich, dass ich damit davon aus, mein Gott, jedes Mal der Typ, das kann doch nicht wahr sein, man, bitte, lösch dich, lösch deinen, ich weiß nicht, lösch deinen Account oder sonst, irgendwann mach irgendwas Nützliches, aber du da nicht kennst, Mann, was ist das denn, ihr soll, ey, die können doch, die können doch irgendwas Nützliches machen, und doch nicht da kennen, das können die nicht machen, das haut nicht hin, es ist nicht, das ist nicht im Sinne des Findes, na, scheiße, na gut, egal, man kann aber trotzdem mal GG schreiben, weil es war ja an sich recht gut, ich habe ja trotzdem mit 2 LKD, es ist halt ein bisschen dumm, dass die halt, da so stark gekämmt haben, nichtsdestotrotz, war das auf jeden Fall eine recht lustige Folge, naja, ich hoffe, es sollte nicht gefallen, ich bin raus, ich bin in Allabach, 1993, vergesst nicht zu liken, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, warum, Likes, falls wichtig sind, habe ich irgendwann mal erklärt, und ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, ciao Leute, bis zum nächsten Mal,